Als Robert Capu wieder sämtliche Türen hinter sich geschlossen hatte und sich sicher in seinem geheimen Bereich angekommen wähnte, überprüfte er sofort, ob seine digitalen Kopfgeldjäger bereits erste Beute gemacht hatten. Das war leider nicht der Fall, stellte er fest, als er sich erneut in das Darknet-Forum einloggte, in dem er die Ausschreibung getätigt hatte, aber immerhin hatten ein paar der namenhafteren Akteure der Szene wie Neutelk oder Jernzi Interesse an der Sache bekundet. Das würde schon noch werden. Nur leider sah es inzwischen wirklich so aus, als habe Jan Oppermann nur noch wenig Zeit. Capu dachte über die Einschusslöcher nach. Dieses Mal war der Journalist seinem Killer wohl noch entkommen. Was sollte das mit dem Whisky? Eine Art Henkersmahlzeit, oder? Capu griff zum Telefon und wählte die Nummer von Jan Oppermanns Chefredakteur Fielsen. Die Verbindung kam bereits nach dem ersten Klingeln zustande. Ganz kurz, Fielsen, ich habe noch keine neuen Ergebnisse. Ich bin dran. Aber eins muss ich jetzt wissen. Hat Oppermann gerne getrunken? Whisky im Besonderen? Herr Fielsen klang verblüfft und so, als würde ihm Capus Anruf ziemlich ungelegen kommen. Entsprechend knapp fiel die Antwort aus. Äh, nein. Er hat Unmengen von Kaffee vernichtet, wenn er in der Redaktion war. Ab und zu raucht er Gras, aber nicht oft. Ich kann mich aber nicht erinnern, mitbekommen zu haben, dass er Alkohol trinkt. Danke, Herr Fielsen. Ich melde mich, sobald ich etwas Neues weiß. Capu hatte also Recht gehabt mit seiner Annahme. Der Whisky stammte höchstwahrscheinlich nicht von Oppermann. Die Person, die geschossen hatte, musste ihn also mitgebracht haben. Capu, der vor seinem Tempel und der Telefonanlage stehen geblieben war, fühlte plötzlich den Drang, sich zu bewegen, den Drang zu handeln. Nur leider war das gerade wenig zielführend. Es wäre besser, noch ein paar Stunden zu warten und zu sehen, ob auf digitaler Ebene neue Ergebnisse hereinkommen würden. Er hasste es, zu warten und untätig zu sein. Also überprüfte er mit Hilfe eines selbstgeschriebenen Analyseprogramms sein Kommunikationssetup und seine Rechner. Eine Routinetätigkeit für ihn. Anonymität war ihm wichtig. Alles musste funktionieren. Und nicht nur die Elektronik. Auch sein Körper und sein Hirn. Vor allem, wenn er in eine Sache verwickelt war, bei der mit Schusswaffen gearbeitet wurde. Robert Capu trainierte etwa 90 Minuten, wobei er Funktion im Fokus hatte. Nicht etwa Muskelmasse, auch wenn ersteres zu einem gewissen Teil mit zweiterem einherging. Leichte Gewichte mit vielen Wiederholungen. Dazu viele Übungen, die auf seinem eigenen Körpergewicht basierten, und einige Karate-Katas. Anschließend betrat er sein Schlafzimmer und öffnete einen kleinen Safe, der in der Rückwand des beinahe deckenhohen Kleiderschranks links seines Boxspringbets eingelassen war. Er entnahm ihm eine Pistole, eine Beretta 92 und ein Ersatzmagazin. Die Waffe steckte in einem Halfter und enthielt ein weiteres Magazin. Zweimal 15 Schuss, dank doppelreihiger Anordnung der 9mm Parabellomunition. Capu wusste, dass er schon eine Kugel in die Kammer geladen hatte, überprüfte dies aber dennoch. Dann ging er zurück in die Küche, machte sich Spiegeleier und einen Salat und schenkte sich ein halbes Glas französischen Rotwein ein. Er wusste, dass er nur schwer würde einschlafen können. Trotzdem ließ er es bei einem halben Glas bewenden. Er spülte sein Geschirr ab und begab sich dann mit dem Rotweinglas in der Hand zurück zu seinem Tempel. Nachdem er etwa 20 Minuten lang die Börsenkurse studiert hatte, die für sein sorgfältig entwickeltes Aktienportfolio relevant waren, nahm er ein paar kleinere Anpassungen vor. Größtenteils setzte er eher auf Sicherheit, denn auf das Versprechen hoher Dividenden und Zinserträge, aber einen gewissen Prozentsatz investierte er auch in kleine Start-ups, bei denen er Potenzial sah oder die ihm ideell gefielen. Noch immer fühlte er sich wie unter Strom, ohne wirklich zu wissen, warum. Aber es war schon spät. Er sollte wirklich schlafen gehen. Kapu erwachte noch vor dem Klingeln seines Weckers. Das war meistens so, und wie an den meisten anderen Tagen begann er auch diesen mit seiner üblichen Routine, die aus einer kürzeren Trainingseinheit und einem Acht-Kilometer-Lauf bestand, den er heute aber unterbrach, nachdem er ihn etwa zur Hälfte absolviert hatte. In einem kleinen Teich im Draught-Park nahm er auf einer der vier Bänke Platz und betrachtete die Enten, die auf dem Teich herumschwammen und Entendinge taten. Schiffe. Kapu musste an Schiffe denken. Wenn die Hacker bis zur Mittagszeit keine Ergebnisse vorzuweisen hatten, sollte er es vielleicht selbst versuchen. Vielleicht sollte er nach Norden fahren, an die Küste und sich den alten Bläsberg selbst vornehmen. Vielleicht konnte er Jan Oppermann retten, ohne ihm je zu begegnen. Er könnte diese ganze Sache vielleicht an ihrem Ursprung beenden, indem er den alten Bläsberg oder dessen Sohn oder beide, wenn es sein musste, auf ganz andere Weise überzeugen würde, den Reporter in Ruhe zu lassen. Druck ausüben. Das aber würde dauern. So etwas musste man vorbereiten, und das sehr sorgfältig. Und falls er das tun würde, wäre er nicht in der Stadt, um dem Reporter zur Seite zu stehen. Andererseits, wer sagte überhaupt, dass Jan Oppermann sich noch in der Stadt aufhielt? Die meisten Menschen waren in so einer Situation wie der, in der der Journalist sich befand, völlig hilflos. So gut wie niemand, kein normaler Mensch zumindest, hatte standardmäßig einen Fluchtplan zur Hand, falls irgendwer einen Killer auf ihn ansetzen würde. Wo mochte Oppermann sich aufhalten? Würde er bei Freunden oder der Familie Schutz suchen? Obwohl das bedeutete, dass er diese unter Umständen in Gefahr bringen würde? Kapu hoffte, dass der Mann schlauer war als das. Dann wiederum hoffte er das Gegenteil. Wenn Oppermann sich derart dämlich verhalten würde, konnte dies Kapus Arbeit deutlich erleichtern. Nur schnell musste er dann sein. Schneller als der Killer. Vielleicht war das ein guter Ansatz. Wer konnte schon wissen, wie sich Normalbürger verhielten, die von jetzt auf nachher unter einem solchen Druck standen. Kapu erhob sich von der Bank und warf noch einen Blick auf die Enden. Dann machte er sich an die zweite Hälfte seiner Laufeinheit. Er verließ den Park durch das gußeiserne Tor, das er noch nie verschlossen gesehen hatte. Er würde sich ein leichtes Frühstück gönnen und dann Oppermanns Freunde abchecken. Zumindest diejenigen, die in der Stadt lebten. Kollegen würde er hierbei ausklammern. Sicher hatte Chefredakteur Fielsen in der Redaktion bereits durchblicken lassen, dass er auf der Suche nach Oppermann war. Ob der Journalist kollegiale Verhältnisse zu Reportern von anderen Zeitungen pflegte? Warum nicht? Sicher gab es dort den einen oder anderen, den Oppermann vom Studium her kannte. Vielleicht auch eine alte Liebschaft, einen BG-Mitbewohner oder so. Etwas war ungewöhnlich. Oppermann hatte offenbar keine Partnerin oder keinen Partner in seinem Leben. Der Gedanke kam Kapu erst jetzt. Wahrscheinlich, weil es für ihn völlig normal war, alleine zu leben. Eine Frau an seiner Seite machte bei seinem Lebensstil absolut keinen Sinn. Ob Oppermann das genauso sah? Unwahrscheinlich, urteilte Kapu. Wahrscheinlich war der Mann einfach ein Workaholic. Ein Workaholic? Ja. Jan Oppermann hatte höchstwahrscheinlich nichts bei sich, außer seinem Geldbeutel, seinem Smartphone und seinem Laptop. Kapu hoffte, dass der Journalist schlau genug war, um sein Handy nicht nur abzuschalten, sondern am besten in irgendeinem tiefen Gewässer zu versenken. Immerhin war er bisher schlau genug gewesen, es nicht zu benutzen. Auf der anderen Straßenseite entdeckte Kapu Kathi, die ebenfalls eine Runde joggte, so wie es aussah, und gerade um ein älteres Ehepaar herum sprintete und diesem mit dem Manöver einen kleinen Schrecken versetzte. Er grinste kurz, verzichtete aber darauf, zu rufen oder zu winken. Vielleicht würde er sie anrufen, wenn diese ganze Oppermann-Sache erledigt war und der Grund zum Feiern hatte. Kapu wartete, bis Kathi außer Sicht war und setzte seine Runde fort. Er kam am Schätzingbrunnen vorbei. Üblicherweise hingen dort bei den Pennern ziemlich verwahrlost aussehende Jugendliche herum, und so war es auch heute. Kapu wusste nicht genau, warum er ihnen überhaupt Beachtung schenkte. Die Halbstarken gehörten ebenso zum Stadtbild wie die Autos, die anderen Passanten und eben all die Teilnehmer am üblichen Trubel. Lieferanten, Pizzaboten, Fahrradkuriere. Die ganze Stadt barst vor Hektik, und oft kam es Kapu vor, als stünde sie kurz vor einem Herzinfarkt. Erst als er am Brunnen vorbeigejoggt war, wurde ihm klar, warum ihm das Grüppchen heute aufgefallen war. Ein Mitglied der Gruppe, ein junges Mädchen, sah heute besonders schlecht aus. Sie war wohl in eine Schlägerei geraten oder sonst wie verprügelt worden. Dicke Lippe verheulte Augen, er kannte das. Mach dir nichts draus, Mädchen, manche Lektionen lernt man besser früh im Leben. Ja, er kannte das. Als er wenig später frisch geduscht vor seinen Tempel trat, erwartete ihn eine freudige Überraschung. Jensi war es gelungen, Oppermanns Facebook-Profil mit einem Dictionary-Angriff zu hacken. Sehr gut. Jensi hatte sich seine Gage redlich verdient. Kapu konnte jetzt die privaten Konversationen von Jan Oppermann durchgehen und auf diese Weise möglicherweise herausfinden, bei wem sich der Reporter verstecken würde. Eine weitere Nachricht blinkte in Kapus foreninternen Posteingang. Ein anderer Hacker namens Fly35 hatte ebenfalls Erfolg gehabt und Zugang zum Rechner von Blaisbergs Chefsekretärin erlangt. Bin drin, was brauchst du? Vom Joggen und trotz der Dusche noch immer erhitzt, antwortete Kapu sofort. Im Prinzip alles, Terminkalender, das ganze letzte Jahr, Keylogger aufspielen und stündlich an mich schicken. Falls Telefonate digital mitschnitt. Kapu schickte die Nachricht ab. Offenbar war Fly35 gerade online, denn die Antwort folgte prompt. Verstehe, keine Bilanzen, Geschäftsvorfälle, Sitzungsprotokolle oder dergleichen. Kapu überlegte kurz. Doch, Zahlungsverkehr wäre gut. Wiederkehrende Posten ausfiltern. Suche Ungewöhnliches. Alles, was mit Somalia zu tun hat. Wühl dich durch. Negativ. Ich kann beschaffen. Analyse musst du selbst machen. Scheiße, ich zahle extra und verdopple nochmal, wenn du Analyse machst und ganz reinkommst. Keine Zeit. Nochmal doppelt? Ich schicke dir, was ich in den nächsten zwei Stunden finde. Dann bin ich raus. Zugang? Gehört mir. Oder du zahlst richtig. Okay, derzeit nicht. Kannst du die Tür noch offen lassen? Wegen später? Nein. Systemadmin ist gut. Mein Geld? Ist so gut wie unterwegs. Warte. Gib lieber E-Mail-Adresse für Keylogger. L-O-C-K-S-L-E-Y-6-4-6-5-4-at-Proton-Mail. Okay, bin weg. Kapu hatte beinahe alle seiner zahlreichen Wegwerf-E-Mail-Adressen bei dem Schweizer Mail-Anbieter. Anonymität im Netz war immer eine relative Sache, das wusste Kapu. Dennoch waren solche Anbieter für seine Zwecke besser geeignet als privates Server. Das fing er ganz gut an, soweit er es bis jetzt schon überblicken konnte. Die Idee mit dem Zahlungsverkehr. Der Killer, den Bläsberg auf Jan Oppermann angesetzt hatte, musste schließlich irgendwie bezahlt werden. Wahrscheinlich bar, aber vielleicht lief das auch über die Reederei, getarnt als Beraterhonorar oder sowas. Die zeitlichen Zusammenhänge waren hier wichtig. Möglicherweise hatte der Killer mit der 22er aber auch eine Tarnfirma am Start, ein Äquivalent zu Kapman IT Security. Kapu grenzte in sich hinein. Wäre er selbst in dem Bereich aktiv, hätte er wahrscheinlich eine ungeziefer Vernichtungsfirma aufgemacht. Er würde sehen, wo das Ganze hinführte. Aber möglicherweise war das auch gar nicht nötig. Jetzt würde er sich erstmal die private Konversation von Jan Oppermann ansehen. Finde den Typ, dann findest du die Daten und veröffentlichst sie. Gefahr, gebannt, wies er sich selbst an. Er durfte sich nicht verzetteln. Als Kapu etwa drei Stunden später, es war 20 Minuten nach zwölf, mit seiner Recherche fertig war, hatte er fünf Adressen in der Stadt ermittelt, von denen er glaubte, dass sie als Zuflucht für Jan Oppermann in Frage kommen würden. U.Campini, eine Jugendfreundin. Max Grobenau, ein Mann in Oppermanns Alter, mit dem zusammen der Journalist einen Blog betrieb. Der Blog selbst hatte kaum Leser, aber es gab ihn auch erst seit ein paar Monaten. Thematisch ging es bei der Sache hauptsächlich um Recycling und nachhaltiges Wirtschaften. So wie es aussah, war Max Grobenau der Motor des ganzen Projektes und Oppermann leistete lediglich ein wenig Hilfestellung in Sachen Texterstellung und Webdesign. Dann war da noch Francesco Fabrizzi, der Betreiber einer kleinen Pizzeria, vermutlich Oppermanns Stammrestaurant. Beide Männer waren im selben Alter und hegten eine gemeinsame Vorliebe für alte Western, über die sie sich in ihren Konversationen austauschten. Frieda Grün und Daniel Grün waren frisch geschieden, aber beide noch mit Jan Oppermann befreundet. Er hatte sie über Ursula Campini kennengelernt. Offenbar mochten sie sich einfach nur, ohne besondere Interessen miteinander zu teilen. Vielleicht reichte das schon für eine Freundschaft. Es war nicht an Kapu, das zu beurteilen und verstehen musste er es gleich dreimal nicht, beschloss er. Nicht sein Spezialgebiet, Freundschaften. Kapu beschloss, bei Francesco Fabrizzi in der Pizzeria anzufangen. Diese Adresse war am einfachsten zu ermitteln. Bei allen anderen hatten die Telefonbuchverzeichnisse mehrere Optionen geliefert, die es der Reihe nach abzuklären galt. So lange eben, bis er die richtige Frau Campini oder den richtigen Max Grobenau und so weiter gefunden hatte. Er sprang noch einmal unter die Dusche und machte sich anschließend fertig. Heute wählte er keine durchgehend schwarze Kleidung. Er sollte besser sympathisch wirken, um Herzen zu öffnen und Vertrauen zu erwecken und all das. Er beschloss, Jan Oppermanns Kleidungsstil weitestgehend zu imitieren. Jugendlich, modern. Ein wenig individuell, aber seriös genug, um als Journalist ernst genommen zu werden. Blue Jeans, weißes T-Shirt und ein weinrotes Hemd, darüber ein graues, zerknautschtes Sakko. Das würde ihm helfen, die Pistole zu verbergen, die er sich hinten in den Hosenbund gesteckt hatte. Als Robert Kapu die Pizzeria betrat, war noch nicht besonders viel los. Gar nichts, genau genommen, dachte er, während er sich einen Überblick verschaffte. Die alten italienischen Schlager, die den Raum beschalten, waren etwas zu laut. Es gab vielleicht dreißig Plätze an sechs Tischen, die von halbhohen Raumteilern voneinander getrennt wurden. Kapu trat an die Theke, wo eine junge schwarzgelockte Frau, die Kapu anhand der Freundesliste von Francesco Fabrizzi, als dessen Schwester identifizierte, in einer Zeitschrift las und leise mit der Musik mitsummte. Wirklich praktisch, was die Leute so alles online von sich preisgaben. Er setzte sein bestes Lächeln auf und unterbrach sie bei ihrer Arbeit. Hi, ist Francesco da? Kapu hielt sein Lächeln aufrecht, während ihr Blick sein Gesicht von der falschen Brille bis zum weinroten Hemdkragen abtastete. Nachdem sie ihre Musterung beendet hatte, lächelte auch sie, wenn auch zögerlich. Es stellte sich heraus, dass ihr Bruder zum Großmarkt gefahren war, um die Vorräte aufzustocken. Er würde in einer halben Stunde wieder da sein, und Kapu nutzte die Zeit, um einen kleinen Salat, etwas Pasta und ein paar Hähnchenbruststreifen zu verzehren. Dazu trank er stilles Wasser, das viel zu teuer verkauft wurde. Er war sich bewusst, dass Francescos Schwester ihm immer wieder neugierige Blicke zuwirf und auch, dass sie auf ihrem Handy herumtippte. Er versuchte, ihre Blicke zu ignorieren, und während er aß, vertrieb er sich die Zeit damit, die Reihenfolge der Schnapsflaschen auf dem Regal hinter der Theke auswendig zu lernen. Dann wusste er nicht, ob er verärgert oder angenehm überrascht sein sollte, als er dabei unterbrochen wurde. Francesco Fabrizzi hatte seine Pizzeria nicht durch den Vordereingang betreten, sondern sprach Kapu in diesem Moment von hinten an. Es gab wohl noch einen Eingang nahe der Toiletten. Verdammter Mist, das hätte ich mir eigentlich denken können. Die italienische Musik und seine Schnapsflaschenmeditation hatten dafür gesorgt, dass er den Mann erst bemerkte, als dieser ihn ansprach. Das war unvorsichtig von mir. Was wollen Sie von Jan? Francesco Fabrizzi kam ohne Umschweife zum Punkt, und da war keine Freundlichkeit in seiner Stimme. Kapu drehte sich um und musterte den Mann. Die Augen waren kalt, die Statur angespannt. Er hatte eine kleine Schramme über dem linken Auge und strahlte nervöse Angriffslust aus. Äh, ich, begann Kapu seine Antwort, verstummte aber wieder. Für eine Sekunde wandte Francesco Fabrizzi den Blick von Kapu ab. Macella, geh raus. Jetzt sah ihr Kapu wieder an. Noch unfreundlicher als zuvor. Sagen Sie Ihrem Chef, dass Jan sich noch immer nicht gemeldet hat. Er wird sich auch nicht melden. Er reserviert nicht. Er kommt einfach vorbei, wenn er Lust dazu hat und ist etwas. Kapieren Sie das? Ich weiß nicht, wo er ist. Lassen Sie mich und meine Familie gefälligst in Ruhe. Kapu brauchte einen Moment, bis er begriff. Jemand war vor ihm hier gewesen. Jemand, der keinen guten Eindruck hinterlassen hatte. Wann war das? fragte Kapu und zeigte auf die kleine Schramme neben Francesco Fabrizis Auge, der er erst jetzt Bedeutung beimaß. Gestern, vorgestern? Das wissen Sie doch genau. Ihr Kollege versteht seinen Job. Aber wissen Sie, ich zahle kein Schutzgeld. An niemanden. Und genauso wenig lasse ich mich anderweitig unter Druck setzen. Ich weiß nicht, wo Jan ist. Das muss Ihnen genügen. Kurz war Kapu versucht, die Herausforderung, nur so zum Spaß anzunehmen und Francesco Fabrizzi zu fragen. Und was ist, wenn mir das nicht genügt? Es hätte ihn interessiert, herauszufinden, wie weit Fabrizzi gehen würde. So etwas fand man selten. Jemanden, der bereit war, die Krallen auszufahren. Körperlich wäre der jüngere Mann wahrscheinlich kein Problem für Kapu. Aber er bewunderte dessen Einstellung. Wie hat er ausgesehen? Was? Wie der Mann aussah, der ihnen die Schramme verpasst hat. Kapu ließ Francesco Fabrizzi den Denkprozess abschließen, den die Frage in ihm auslöste. Es dauerte nicht lange. Sind Sie ein Freund von Jan? Nein. Aber ein Freund von Jan bezahlt mich. Jan ist in Schwierigkeiten geraten. Aber das denken Sie sich inzwischen sicherlich selbst schon. Verschiedene Leute suchen ihn, und wenn Sie sein Freund sind, sollte es in Ihrem Interesse sein, dass ich ihn zuerst finde. Verstehen Sie das? Francesco Fabrizzi nahm Kapu gegenüber Platz und erst jetzt bemerkte Kapu, dass der Mann die ganze Zeit über eine Dose Pfefferspray in der geballten Faust verborgen hatte. Erneut schallt er sich für seine Unaufmerksamkeit. Francesco Fabrizzi stellte das Pfefferspray demonstrativ rechts neben sich auf den Tisch. Die Öffnung der Sprühdose zeigte in Kapus Richtung. Wie ist Ihr Name? verlangte Fabrizzi zu wissen. Den kann ich Ihnen nicht sagen. Selbstschutz. Kapu sah ihm in die Augen. Ich werde Ihnen auch nicht erzählen, dass ich auf Jan Oppermanns Seite bin. Ich tue, was ich tue. Für Geld. Für sehr viel Geld. Trotzdem, Herr, nach allem, was ich bis jetzt über Ihren Freund Oppermann in Erfahrung gebracht habe, mag ich ihn eindeutig mehr als die anderen, die ihn suchen. Hören Sie, Herr Fabrizzi, die Schwierigkeiten, in denen Ihr Freund steckt, sind wirklich ernst. Es geht hier nicht um irgendwelche Wettschulden, für die einem die Beine gebrochen werden. Verstehen Sie? Auf Jan Oppermann ist geschossen worden. Ich vermute einfach mal, es war der Mann, der vor mir hier war und nach ihm gefragt hat. Deswegen wüsste ich sehr, sehr gerne, wie der aussieht und ob Sie irgendeine Ahnung haben, wo Herr Oppermann steckt. Ihr Pfefferspray. Kapu zeigte darauf. Das reicht für die meisten Schutzgelderpresser und kleinen Schläger. Wir spielen hier aber in einer anderen Liga. Ich weiß, ich kann Ihnen lediglich sagen, dass ich in diesem Spiel zu den Guten gehöre. Zum Überzeugen reicht mir die Zeit nicht. Deswegen machen wir das am besten so. Hier ist meine Karte. Denken Sie nach, aber nicht zu lange. Wie gesagt, die Zeit drängt. Und wenn Sie zu dem Schluss gekommen sind, dass ich Jan Oppermanns beste Option bin, sagen Sie mir, wie der Typ aussieht und wo Oppermann ist, falls Sie das doch wissen sollten. Okay? Sein Gegenüber starrte ihn einfach nur an. Das Gesicht des Mannes zeigte keine Regung. Kapu stand auf und im Gehen legte er einen Fünfziger auf der Theke neben der Kasse ab. Seine plötzliche Bewegung hatte auf Francesco Fabrizzi aus seinen Überlegungen gerissen und er rief ihm nach. Warten Sie! Kapu drehte sich um. Ja. Er war etwa so alt wie Sie. Größer, ein bisschen dünner, fast schon Dürr, blond. Und er hatte Augen, die... Die Beschreibung rührte an etwas, das Kapu schon vor langer Zeit tief in seinem Unterbewusstsein weggeschlossen hatte. Er bekam eine Gänsehaut. Ein äußerst unwillkommenes Gefühl, gegen das er sich sträubte, das er nicht fühlen wollte. Er riss sich zusammen. Wann war er da? Gestern. Kapu nickte knapp. Danke, Herr Fabrizzi. Erneut drehte Kapu sich um, um die Pizzeria zu verlassen. Herr, äh, sagen Sie mir Bescheid, wenn das vorbei ist? Nein, sagte Kapu im Gehen über die Schulter. Das wird Herr Oppermann selbst...